Willkommen zu einem neuen Video auf Mökels Kanal. Heute zünden wir 20.000 TNT in einer CB3-Farm-Welt und das macht große Bumm. Das macht große Bumm. Dann lassen wir große Bumm machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hat irgendwer Holz für mich, für eine Tür? Warum brauchst denn du jetzt eine Tür? Bist du behindert? Ich hab mir ein kleines... Ja, sorry. Ich glaub, es hackt. Nee, ich glaub, es hackt, hallo. Er baut sich ein TNT-Häuschen oder was? Ja. Der hat schon gebaut. Nein. Das ist schon fertig. Dann hart, wenn's wieder ein Fail wird, so. Ich seh's schon kommen, es wird so ein Fail, ne? Das darf nicht passieren. Wer ist denn jetzt ausgetimt? Ich hab keine Ahnung. Ich will auch nicht nachgucken, ich trau mich nicht. Ich will auch nicht nachgucken, ich trau mich nicht. Ich hab noch, ich hab noch ganze Inventar voll was. Ja, dann verteil doch mal ein bisschen was. Mach ich doch gerade. Aber mit nach Hause nehmen wir es nicht, ne? Sieht man irgendwie, welche Uhrzeit es ist? Ja, mit der Uhr. Das ist 22.44 Uhr. Das ist hier. Oh, Lordi. Melko, hast du das noch nicht in der Schule gelernt? Nein, ich mein jetzt Ingame. Nein, Ingame sieht man nicht, wie viel Uhr ist das. Nee, da musst du eine Uhr mit beihaben, ja. Achso. Eine Uhr ist mir zu teuer. Aber das ist keine digitale Uhr, ne? Nee. Ja, die mit Zeigern kann er noch nicht, ne? Nee. Hat man erst in der zweiten Klasse. Und da er ja schon Altersachter mal die erste Klasse macht. Na ja. Bald fährst du mit Autos zu essen. Meine Lehrer sagen immer, geistig bin ich fünf. Aber ich kann schon liegen wie ein Achtjähriger. Bis zum nächsten Mal. Wir hätten hier eine TNT-Rakete gebaut. Also sag mal. Okay. Ja. Okay, das war schön, das ging in die Regel. Nein. Nein. Alter, Leute. Ich hab grad den Schreck meines Lebens gekriegt. Kann mal, wer zu mir kommt. Hast du im Spiegel geguckt, oder was? Ja, auch. Aber da war einfach in meinem TNT-Haus. Ich kann da einfach nicht mehr weiterbauen. Der guckt mich jetzt einfach an. Ich sehe dich Passtens aus. Ichорош noch eine Atput! Also Niklas, du kannst ruhig sagen, wenn du keinen Bock hast, ne? Boah, ich hab echt Angst gerade. Warum? Guckst du so schwer in die Fliege? Am Ende ruinier ich alles. Das wär blöd. Ja, ich glaub auch. Ich hab zwei Häuser, einmal so ein kleines und dann so ein großes. Das ist weiter rechts von dem kleinen Haus. Du weißt schon, was die Mission ist, ne? Die Mission ist Zerstörung und ich, die dir mit Leid nachmachen. Die Mission ist Zerstörung. Ich frage mich langsam, ob das mein PC packen wird. Das wirst du mir endlich sehen. Ich hoffe, ich hoffe, der wird abstürzen. Aber wenn wir den hören, dass du ausgeteilt bist, dann hat das nicht gepackt. Bis zum nächsten Mal. Nein, der packt das. Ja, denke ich auch. Was machen wir in der Abtackt? Dann gehe ich offline und kommen drei Tage immer online. Hä? Das war ein Experiment. Das war nur für die Wissenschaft. Ich bin einfach Tanja schieben. Ich bin einfach Tanja schieben. Ich bin es aber leck, das war eigentlich immer dir. Ey, wer braucht mich runter? Nein, ich denke mal, der hält das aus. War das ganz mieser, echt jetzt? Das war live, Karamba. Das hat sich angehofft, das war live. Meine Haar schon weh. Danke. Nein, meine auch. Tolle Info. Das brauche ich jetzt. Das ist ein componentist. Das ist ein half-teil. Das ist ein componentist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.